So schwer ist der, dass sogar die Angel kaputt bricht, das ist ja der Wahnsinn. Wie ihr gerade gesehen habt, ist meine Angel jetzt kaputt. Mitgebracht habe ich, weil wir heute mal auf was anderes gehen als sonst. Fleisch. Oh, der hat was angebissen. Oh, 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 oh. Au. Oh, oh, oh. Ganz schwer verbissen. Geht nicht ab. Oh, 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 die sind aber heute alle ganz schön wild unterwegs. Ah!